Das hier kann es doch sein! Alter. Nochmal eine Münze. Hier ist nochmal ein Autofoto. Okay. Natürlich kleben wir das jetzt hier hin. Ich geh zuerst mal da rein. So, okay. Wir müssen jetzt ein Eiswürfeltablet finden. Das ist hier hinten. Vier Teetassen. Eins. Zwei. Bist du keine Teetasse da hinten? Ich dachte. Ich dachte, du wärst eine Teetasse. Oh, nein. Ich wollte natürlich nicht weggehen. Entschuldigung. Da ist eine. Wo hat's denn noch welche? Ich brauch nur Teetassen. Hallo? Hallo, Teetassen. Wo seid ihr? Da ist noch eine. Und last but not least. Das da hinten ist doch auch noch eine, oder? Oder etwa nicht. Ach, eine Teetasse können wir noch gar nicht finden. Okay. Jetzt haben wir hier die Blumensamen. Die drei, äh, die Teetassen. Dat Pfeil. Zettel. Verschlossen. Wasser. Die Uhr geht nicht richtig. Genau. Was ist das jetzt? Eine Batterie für die Taschenlampe. Jetzt können wir die Taschenlampe nehmen. Was ist das jetzt? Öffnen-Taste. Eiswürfel-Taste. Eiswürfel-Taste. Natürlich sind die noch gefroren. Jetzt haben wir das Wasser. So. Was können wir jetzt machen? Diesem alten Blumentopf ist etwas vergraben. So. Ist da das Wasser rein? Naja, natürlich. Klar, logisch. Warum auch nicht? Natürlich. Okay, wir brauchen natürlich noch einen Kleber. Mit dem Kleber kleben wir die letzte Teetasse voll zusammen. Können sie mitnehmen. Und jetzt haben wir vier Teetassen. Die können wir ja natürlich hier. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Natürlich. Und wir haben die Autoschlüssel. Müssen wir die da jetzt auch hinhängen? Okay, ich brauche noch die Fotos. Ein paar. Oh, unser Freund ist hier oben. Natürlich haben wir noch ein Autofoto gefunden. Was ist das? In der Kette dieser Puppe fehlt etwas. Eine weitere Spiegelscherbe. Ist egal, wir gehen trotzdem hoch. Es ist okay, ich werde dich treffen. Genau, es ist zu hoch. Gut. Kommen wir wieder weg. Da ist noch eine Minse. Da ist ein weiteres Foto von einem Auto. Die Toilette ist vollkommen verstopft. Dafür haben wir unseren Pümpel. Was, was, was? Der Duschkopf steckt da drin fest. Etwas Wasserdruck könnte ihn lösen. So, hier spülen. Der Duschkopf wurde durch die Leitung gespült. Na super. Na super. Das ist der Duschkopf, den wir brauchen. Wo könnten wir den denn... Da liegt er. Sehr gut. Ist er doch in den Keller runtergerutscht. Dann schnappen wir uns jetzt den Duschkopf. Machen wir ihn ran. So, hier kann man dann auch nichts mehr machen. Nö. Alles klar. Dann können wir hier raus. Gehen wir nochmal ganz kurz in den Keller. Weil... Ich glaube, der Schlüssel wurde jetzt auch hier runtergespült. Ja. Da ist er. Gut. Den Karo-Schlüssel. Jetzt können wir wieder hoch... Und gucken mal, was die jetzt da drin treiben. Quickly, Theresa. Jump. I'll catch you. Alles klar. Eine weitere Spiegelscherbe. Und ein Handy. Bin auf dem Weg nach Hause. Jane. Are you there? My phone died. I'm on a plane home right now. An ambulance is on its way. Hang in there. Hm. Alles klar. Da kam es wohl doch etwas zu spät. Das muss Chains Telefon sein, mit dem die Videos aufgenommen wurden. Sieht aus wie eine Videobotschaft ihres Verlobten Adam. Jetzt aus. Er hat ihre Anrufe verpasst, da er geschäftlich unterwegs war. Er hat es aufgrund der Evakuierung vermutlich gar nicht erst in die Stadt geschafft. Ja. Und unsere arme Jane. Gucken wir mal raus. Weitere Spiegelscherbe. Was geht hier? Und in all Survivors. Begeleid in der Quarantine Station. Set up at Oxford Elementary School. Last call. All medical staff will be departing at sundown. Okay, wir haben das weitere Autofoto und mehrere Nachrichten. Sie werden in der Dunkelheit nicht weit kommen. Ich könnte Ihnen im Simson Park den Weg abschneiden, wenn ich irgendwie über die Brücke komme. Das Überwachungsteam scheint ihre Untersuchung das Gebiet früher abgeschlossen zu haben. Die letzten Zivilisten werden über die Grundschule evakuiert. Sie sollten noch mindestens für einige Wochen Luftaufnahmen machen. Luftaufnahmen machen. Irgendwas stimmt hier nicht. Eieieiei. Hinter diesem Foto ist doch... Ist etwas. Doch ich kann es irgendwie nicht abziehen. Ich habe eine weitere Spiegelscherbe. Haben wir irgendwas, womit wir das... Können wir das mit einer Scherbe? Können wir nicht. Okay. Hat sich das gleich mal hier erledigt. So. Tak. So. So. So, ich glaube, eine fehlt noch. Dann nehmen wir die so lange. Die lag ja einfach rum. Ich habe die nicht gesehen. So. Okay, gehen wir mal runter. Diese Puppe fehlt etwas. Bist du weiter runter? Hier. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Klicke, um einen Schlüssel aufzuheben. Klicke erneut, um ihn... Äh... Um ihn auf das richtige Foto zu legen. Wie... Hier? Ne. Doch. Woran merkt man denn, welches... Welches... Genau. Die müssten jetzt stimmen. Dann würde ich sagen, der hier... ...kommt hier hin. Der Sterndinger kommt hier hin. Gut. Ich habe das mit dem Licht noch nicht so ganz kapiert. Wo strahlt das denn hin? Das Baby. Ja, aber das... Das habe ich ja noch gar nicht. Ich finde alle Hahn-Teile... Äh, Hahn-Emblems. Das Bild zeigt dir die fehlenden Teile. Okay, Fuß hier. Hier, hier. Hier, hier. Hier, hier. Ähm... Da. Eins noch. Da. Oh, noch eins fehlt. Oh, tatsächlich noch den Fuß. Sorry, jetzt habe ich aber alle. Ne. Jetzt fehlt immer noch eins. Hi, je, je. Bin ich gespannt, ob ich das finde, eh. Der Fuß fehlt noch. Das kleine Stück vom Fuß. Hm. Hier ist er doch. Das Hahn-Emblem. Perfekt. Wie könnte ich die Seile loswerden? Das ist eine berechtigte Frage, auf die ich leider keine Antwort habe. Einige Stufen fehlen. Auch noch das. Wir haben hier eine kleine Trittleiter gefunden. Können wir die hier draufstellen? Nö. Gut.